Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Hi, Dude. So, äh, ich glaube, ich muss heute in der Folge mal wieder einiges erklären, während wir viele neue Zuschauer und viele Zuschauer, die vielleicht schon vergessen haben, äh, wie, wo, was ich hier spiele. Äh, war ja wieder so klar, dass ich hier Scheiß machen muss. Ähm, und zwar geht es zum Ersten darum, äh, auf was für eine Plattform ich spiele. Ich spiele zwar mit einem Xbox, äh, One-Controller, aber ich spiele tatsächlich auf dem PC. Das heißt, wenn ihr mit mir spielen wollt oder wenn ihr mir irgendwas geben wollt oder irgendwas anderes, dann, äh, kann ich nur sagen, es tut mir leid, aber ich spiele auch auf dem PC. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es hier Cross-Plattformen gibt. Wenn es das gibt, dann, äh, korrigiert mich ruhig. Äh, wäre eigentlich ganz geil, wenn es das geben würde. Denn ich habe eine, äh, schicke E-Mail von Pia bekommen. Der werde ich auch noch, äh, später antworten. Gestern Sonntag. Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Ich war so fertig. Oh, die Nachtschicht hat mich so fertig gemacht. Also vom Schlafrhythmus her, dass ich, äh, den ganzen Tag schlafen musste, damit ich, äh, ja, zur Arbeit gehen kann heute am Montag. Und, äh, es ist echt, äh, ein bisschen crazy. Naja. Jedenfalls, äh, möchte ich heute auch ein bisschen was, äh, zu meinem Equip erzählen. Ich trage ja momentan keine Power-Rüstung. Und nicht mal Rüstung. Das liegt daran, dass ich, ähm, diese Waffe hier nutze. Die verursacht mehr Schaden, je niedriger seine Schadensresistenz ist. Das heißt, wir haben einen Schaden von 135 und da ich ja sneaky bin, machen wir noch zusätzlich 2,5, äh, mal 2,5 Schaden. Das heißt, um den Dreh 300 Schaden pro Schuss, wenn ich nicht gesehen werde. Und, ähm, ich weiß gar nicht. Also, mir wird hier die ganze Zeit gesagt, ich hatte irgendwelche Noob-Waffen. Ja, Pia, ich weiß. Und vor allem muss ich sagen, Pia benutzt mein Let's Plays zum Einschlafen. Das ist eigentlich nicht. Sehr großes Kompliment. Du hast verbessert und Rose, dass du überredet hast, mit dem Verbindungsgerät zu helfen. Das ist eine beeindruckende Leistung. Nicht, dass ich das wirklich nachprüfen könnte. Und der nächste Schritt, das verbrannten Aufspür-Netzwerk. Schließlich müssen all die Dinger miteinander verbunden werden, richtig? Der erste Schritt ist ein Kinderspiel. Such in meinem Schreibtisch nach einem mit Master beschrifteten Monobahn. Es enthält alles, was du brauchst, um das zu erledigen. Danach begibst du dich zur alten Waffenkammer in Harper's Ferry. Du musst das Programm namens Waffenkammerzugriff auf dem Haupteingangsterminal installieren, um es zu erledigen. Nachdem du es hochgeladen und installiert hast, gibt es noch eine weitere Aufnahme für dich. Sorg also dafür, dass du in Sicherheit bist, um sie dir anzuhören. Wir sind nach einem Angriff von Verbrannten aus Harpers geflohen. Also wer weiß, was da mittlerweile lebt. Sei vorsichtig. Sollte ich erwähnen, dass wir in der letzten Folge hier schon drinnen waren und sie nicht mit mir gequatscht hat? Dadurch, dass ich jetzt keine Munition für die Säcke verschwenden wollte, habe ich jetzt ziemlich viel Radioaktivität abbekommen. Äh, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, deswegen trage ich halt keine Rüstung und ähm... Äh, ja. Ja, also ich trage halt wirklich, äh, meine Powerrüstung trage ich, ja, aber eher für, äh, einen Kampf, wo ich bereits entdeckt worden bin. Wenn ich nicht entdeckt werde, dann steige ich aus der Powerrüstung aus und schleiche mich zum Ziel, um dem halt diese 300 Schaden mitten ins Gesicht zu pfeffern. Das, das ist halt meine Taktik. Das ist mein Spielstil. Ähm... Pia, ich weiß nicht, was du mir für Waffen geben wolltest, aber ich weiß nicht, ob du in die 300 Schaden rankommst. Ich meine, das sieht jetzt hier so aus, als hätte ich eine Stromflüte mit 188 Schaden, aber wenn ich diese Waffe jetzt runternehme, dann bleibt da halt nicht mehr viel Schaden übrig. Ihr seht schon, ich kriege dadurch, dass ich keine Rüstung trage, 55 Schaden dazu. Ich finde, mit 125 Schaden und 109 Schaden... Weiß nicht, was sagt ihr anderen denn dazu? Sind das gute Waffen? Sind das schlechte Waffen? Ihr müsst ja dazu noch beachten, dass ich halt komplett auf Schleichen gehe. Also, dass ich diese 2,5... mal 2,5 Schaden nochmal mit drauf haue. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt hier nur 100 Schaden mache. Also, ich mache ja allgemein über 200 Schaden all meinen Waffen, wenn ich dann schleiche. Deswegen bestehe ich ja auch immer so auf Schalldämpfer. Ja, keine Ahnung. Leute, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie das momentan jetzt aussieht. Ich habe jetzt diese Woche Nachtspätschicht, das heißt, diese Woche werde ich sowieso nicht streamen, aber... Wenn ihr jetzt alle sagt, Zero, dein Equipment ist der letzte Rotz, wir sollen jetzt mal wieder ein bisschen Farm gehen, dann kann ich auch gerne wieder ein bisschen streamen am Wochenende. Dass wir einfach mal irgendeine Scheiße machen. Also, sterben oder... keine Ahnung. Das Übliche, was ich gerne tue. So, ähm... Ne, das ist richtig. Ich wollte was essen gehen, ne? Nicht trinken, essen. Oh, meine Mais-Suppe stimmt, die habe ich auch noch. So. Also, wir können sehr, sehr viel machen. Ich weiß, Achim, du sagst Zero, ey. Es ist scheiße langweilig, das musst du nicht streamen. Äh, ich bin schnuppe. So, fertig. So, okay. Wir haben also jetzt einiges zu tun. Lade das Master-Holo-Band auf das Terminal der Waffenkammer und untersuche Harpers Ferry. Da waren wir bereits. Da waren noch diese kleinen... Oh. Starken Gegner. Okay. Äh, ich finde, der Zeitpunkt ist gekommen, mal andere Quests anzuschlagen. Registriere die vollständige Bagger-Power-Rüstung. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, wir sind hier bei der Hauptquest dabei. Ich denke, wir können auch mal langsam, äh, irgendwie mal eine Nebenmission machen. Ella glaubte, dass die Kombination von Stickstoff, Phosphor und Kalium mit dem verstrahlten Knochenmehl einen so starken Dünger ergeben würde, dass er die Würgepflanzenschoten zum Blüden bringt. Und ich sollte mich bei Hast du nicht gesehen melden. Okay, wir registrieren heute mal unsere Power-Rüstung. Heute mal ganz bequem, damit Pia schlafen kann. Also, ich weiß schon, was du meinst. Ich gucke ja auch Videos zum Einschlafen. Also, so ist es nicht. Und ich schlafe dabei gut ein. Vor allem, wenn ich aus der Nachtschicht komme, lege ich mich auf der Couch, mache YouTube an und gucke mir irgendwas an. Mir ist bewusst, dass sobald ich einschlafe, die Playstation ungefähr noch drei Stunden lang random Videos anschaut. Aber ist mir egal. Die Klicks kriegt jeder, der sie braucht. Das wollte ich nicht tun. So. Äh, wir müssen höchstwahrscheinlich ganz hier runter, ne? Ja, ja, ja. Das heißt... Fünf Kronkorken gratis. Das klingt verlockend. Sollten wir das tun? Oder sollten wir ihnen Ruhe lassen? Wir sind zu zweit. Und ich möchte euch meinen Dämmelstimmen demonstrieren. Vielleicht machen wir das auch. Vielleicht machen wir das auch. Die sind da hinten irgendwo, ne? Komm, 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 komm. Das ist ja... Das ist ja nahezu perfekt. Diese fünf Kronkorken, die brauche ich in meiner Kronkorkensammlung. Ich muss ihn halt nur finden. Wo ist er das? Au. Da läuft er. Ob ich ihn von hier aus treffen kann? Ah. Der Schaden ist nicht so hoch. Aber ich hab Kronkorken bekommen. 88 Kronkorken. Stand da nicht fünf? Ne. Ach, für sein Level wahrscheinlich. Nee, nicht. Jemand hat mich gesehen, oder? Okay, ich wollte euch demonstrieren, wie viel Schaden ich mache. Es war nicht viel. Weil er Rüstung trägt. Die sind jetzt da drin, oder? Die sind jetzt da drin, komm. Die sind weg. Nehme ich einen Furz drauf. Ihr habt Kronkorken bekommen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Bekomme jetzt, bekommen wir jetzt ne Belohnung, wenn man sie tötet, oder auch wenn man sie anschießt? Weil da stand ja auch irgendwas von Belohnung. Die Glühwölbchen sind stärker als ich. So, dafür vergeude ich keine Munition. Winterleib, brauche ich hier irgendwas? Naja, äh, wir gehen erstmal nach Hause. Ja, die Leute sind weg. Die sind wahrscheinlich runtergeflüchtet. Ah gut, gegen Leute mit einer Powerrüstung mache ich natürlich nicht viel Schaden. Aber sollten sie keine Powerrüstung tragen, ist das alles gut. Und ich habe... ...irgendwie was abbekommen. Äh... Adlerauge, minus 4 Stärke, plus 25 kritischer Schaden, plus 4 Wahrnehmung. Kritischer Schaden geht ja nur auf, äh, den Watz-Modus, oder? Oder? Das ist ja nicht der Schleichschaden. Äh, weniger Stärke ist scheiße. Ja, ich kann nur noch 160 tragen. Also 88 ist ein Level. Aber da stand irgendwas von Belohnung 88. War nicht ein bisschen seltsam. Aber ich habe auch nicht drauf geachtet, ob ich irgendwie Munition bekommen habe oder so. So, als allererstes müssen wir natürlich unsere Waffen reparieren, ne? Das ist ja ein bisschen doof, dass die alle kaputt sind. Alter, ich hasse die Switch, ne? Die komischen, verrückten Knöpfen. So, und dann möchte ich gerne reparieren. Ich weiß nicht, haben wir den letzten Zeit irgendwie einen großartigen Mods bekommen? Nö, ne? Es wäre halt richtig geil, wenn wir, ähm, den Impro-Repetierer, den wir momentan haben, nochmal kriegen würden. Für eine Stufe 35er oder so, weißt du? Ich meine, das ist ja das Einzige, was, äh, mich momentan davon abhält, äh, noch mehr Schaden zu machen. So, alles repariert. Komm, parieren wir dich nochmal. Oh, ich hätte mit dem, hätte ich zuschlagen sollen. Oh, das, das hätte gezickt. Also, ich finde, dass ich für meine 35 eigentlich genug Schaden mache. Äh, die sind weg. Jetzt oder hinten? Naja. So. Also, wenn ihr Bock habt, ihr könnt, ihr könnt es mir einfach in die Kommentare schreiben, dass wir einfach mal, keine Ahnung, äh, ne Woche lang, ähm, in den Videos farmen gehen, wenn, wenn ihr meint, dass ich zu, zu schwach bin. Ich meine, es ist ein bisschen langweiliger für euch. Ich bin ja derjenige, der spielt. Aber wenn ihr meint, dass ich farmen soll, können wir auch gerne farmen gehen. Oder ich streame halt, dass ich wirklich mal mit euch farme. Natürlich auf Twitch, nicht hier. Ich möchte meinen, ich möchte meinen, äh, YouTube-Account, ja, noch nicht so, so, so voll spammen mit irgendeinem Scheiß. So, bekomme ich irgendwas Fick- und Feines, wenn ich jetzt meine, äh, Power-Rüstung, äh, weißt du was? Ich lass die, ich lass die erstmal aus. Ich meine Power-Rüstung upgrade. Ähm. Also sehen wir, sobald wir eine Waffe haben, werde ich wahrscheinlich auch meine Rüstung tragen hier. Aber bis dahin. Das ist noch eine gute Frage. Ich weiß ja mittlerweile, dass der Rüstwert, ähm, ignoriert wird, wenn ich in eine Power-Rüstung steige. Das heißt, dass meine Rüstwerte, die ich vorher hatte, in meinen normalen Klamotten, ähm, nicht mehr zählt, sondern eine Rüstwerte Power-Rüstung. Aber die legendären Effekte, das muss man testen, ob die noch aktiv sind. Halt, das hatten wir mal getestet. Mit dem Unsichtbarkeits-Ding-Scheiß, ne? Okay, alles gut. Dann weiß ich, dass es hier, okay. Da hat es nicht funktioniert, ich weiß es noch. Ja gut, ich, ich, ich zieh mich mal aus. Also, ich, ich finde, das ist ein wachtlicher Damage. Oh, das ist ja noch mehr. Wuh! Wir wissen noch nicht, wo ich bin. Ich hatte nicht genug Platz zum Schleichen. Wenn die gleich hinter mir stehen und mir eine reinhauen, habe ich ein Problem. Das ist natürlich... Wieso sieht meine Kleidung so schwul aus, an meinem Mantel? Egal, ähm, das ist das einzige Problem, äh, meiner momentanen Taktik. Ich bin halt eine Glaskanone. Zugegeben, ich bin eine Glaskanone. Aber dafür ziehe ich auch richtig Schaden. Aber ich hatte auch Pech mit meinen legendären Sachen, die ich momentan gefunden habe. Weil, was... Ich hatte ja letztens diesen Drei-Sterne-Leguan da, oder was auch so immer war, gekillt. Und was habe ich bekommen? Ne Scheiß-Rüstung. Die auch nicht mal richtig gut war. Oder war das die? War das die Standhaft-Rüstung? Ja, ich glaube schon. Eigentlich ist die ganz gut. Spontane Musik. Wuselig. Ich habe das Gefühl... Oh, was haben wir denn da? Skate-Klinge. Das, wenn wir jetzt hier durchgehen, aufs Maul kriegen. Aber ich tue es einfach mal. Weil, irgendwie müssen wir ja... Irgendwann müssen wir ja durch. So, bitte nicht töten. Ich bin ein braves Zero. Okay, die haben mich mittlerweile vergessen. Guck mal, zwei Schuss. Also nix. Also gut. Vor allem sind die ja fünf Level über mir. Ähm... Kommst du raus? Und meine Reflexe natürlich, Freunde, ne? Ähm... Die... Gehören mit zum Damage. Ist ganz klar. Skill. Es ist Damage plus Kill gleich tot. Oh, da kommt der Nächste. Ich werde ja auch schwer gesehen. Also, meine Taktik geht gut auf. Oh, ich nehme das mal. Okay. Ohne Sekunde. Es lohnt sich gar nicht, ey. Oh, guck mal, da steht der Post. Oh. Mr. Big Boss. Wahrscheinlich auch derjenige, der mich gleich sehen wird. Äh... Wir gehen mal ein Stück weiter weg. Ähm... Wieso werde ich verstrahlt? Achso. Ich dachte schon, da steht ein Grubenhauer. Das letzte Mal war es leichter hier drin. Ah, ich hätte den Raketenwäfer nicht mitnehmen sollen. Und die One-Shotte... Äh, Leute. Ich und nicht stark. Wir werden 40er gewone-shottet, Jungs. Und Mädels. So. Muss ich die Power-Rüstung dabei anhaben? Ja. Und ich mag... Ich mag die Power-Rüstung, muss ich sagen. Weil 100 mehr Gewicht... Das reicht schon einiges. Sehr schön. Wie soll ich das am Anfang nicht gemacht? Wer weiß, wo kommst du denn her? 2 Fusionskerne. 2 Fusionskerne. Und einen Bauplan haben wir bekommen, glaube ich, ne? Atommine. Bekannt? In der Atommine? Wieso bist du jetzt 14? Okay. Ihr seht schon den Unterschied, ne? Äh... Zwischen schleichen und nicht schleichen. So, das nehmen wir aber mit. Gut. Was machen wir als nächstes? Kriege ich? Moment. Kriege ich... Was ist das? Ich hab ne kleine Aufmerksamkeitsstörung. Kriege ich hier... Kriege ich hier... Äh... Ein Fusionskern? Wenn ich... Wenn ich... Ja, direkt einsteige. Ah! Ist der jetzt gratis oder ist der nicht? Ich hatte 4. So. War nicht gratis. Ja, äh... Ich bin gespannt, was er jetzt dazu sagt. Ähm... Mal gucken. Ich denke nicht, dass jemand gegen Streamberg irgendwie was dagegen hätte. Und ich frage einfach mal. Leichte Kampfrüstungsbearme und Beine und... MIRV-Spieltegarate, Power-Rüstungsstation. Endlich! 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 Oh! Und vielleicht gehen wir demnächst mal auf die Jagd nach Summerswil. Es muss auf jeden Fall der Nähe einer Straße sein. Und ich glaube, ich kenne Summerswil. Ich... Ich bin so sicher, dass ich Summerswil kenne. White Springs. Äh... War das nicht hier irgendwo? Ich hätte schwören können. Es kommt mir so scheiße bekannt vor. Es kommt mir so bekannt vor, als wären wir vor kurzem... Ja, wenn ich vor kurzem... Aha, Summerswil! Habe ich dich gefunden. Ja, ich muss jetzt allerdings ein bisschen verfrüht, als sonst, äh... Die Beine in die Hand nehmen und zur Arbeit laufen. Ähm... Weil es schon recht spät ist und ich gerade ungefähr... ...7 Videos gerendert habe. Und da habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Geht einfach ein paar Rüstungsteile rissen los. Ja, äh... Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns, äh... ...morgen bereits wieder. Oh, wie versteckt der Fusionskern hier ist. Und, ähm... Ich wollte gerade sagen, die war doch gerade nicht da. Äh... Dann, äh... Holen wir uns den Schatz. Das ist ein guter Plan, oder? Finde ich auch. Finde ich auch, leider. Haut rein, euer Sehro. Tschüss.